Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich darf euch begrüßen heute zu Patchnode.25 und ja wie mein Lehrer so sagen würde diese Patchnode da ist richtig 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 viel Fleisch dran da ist richtig viel abzunagen hier und damit das ganze nicht zu lange dauert geben wir auch direkt Gas ich wünsche euch aber natürlich noch eine wunderprächtige Woche die euch bevorsteht und hoffe dass es euch ganz wunderprächtig geht. Gut auf geht's also dann haben wir natürlich REL. Zwie habe ich ja ein Gameplay gemacht das heißt wenn ihr nicht wisst was das ist guckt es euch an. Ansonsten REL ich denke ja wenn sie in eurer Champion Lobby irgendjemand das pickt ich meine klar ist das Preseason Ranked sind nicht ganz so wichtig aber falls ihr doch gewinnen wollt und da hat jemand in eurer Lobby das reingeloggt macht ein schnelles Windows Update ja also beziehungsweise ich glaube REL um das Maximale aus ihr rauszuholen ist relativ schwierig und die meisten Spieler werden hinten das ist was ich euch sagen möchte. Amumu. Amumu ist immer noch sehr sehr stark. Amumu wurde wenn ich das hier richtig lese schon gequicknerved und das hier ist quasi einfach nochmal eine Auflistung das heißt er wurde ja letztes Mal schon genervt und da war er immer noch sehr sehr stark von 62% auf 56% irgendwie sowas was immer noch zu broken ist und deswegen wird jetzt nochmal Mana reduziert was weh tut. E-Damage wird reduziert das tut auf jeden Fall weh und die Stun Duration der Ultimate ist auf Stufe 1 und Stufe 2 geringer kann man definitiv sagen 1,5 statt 2. Tut weh. Dann haben wir Anivia. Anivia kriegt ein Rework und erstmal reden wir über das Rework. Also Riot sagt ja Anivia ist so ein bisschen out of date. Lasst uns sie mal rewirken. Also naja also ich weiß ja nicht ich weiß nicht wie viel hier dran sein soll an Wahrheit. Wahrheit oder Lüge ist meistens sehr nah beieinander. Genialität und verrückt nah beieinander. Leute ich meine es gibt so viele Champions. Was ist mit Skana? Klar der hat gerade eine gute Winrate aber den spielt niemand. Warum kriegt der nicht mal ihr? Also ja muss auch nicht unbedingt aber es gibt eine Million Champions die man ändern hätte können und gerade jetzt in der Preseason ein komplettes ja Backup für einen Champion zu bringen macht finde ich gar keinen Sinn ja. Weil jetzt werden vielleicht noch hier Items geändert und da Items und auf einmal ist sie komplett broken. Weil das neue also ich halte da nichts von aber ja sehen wir mal was uns erwartet. Grundsätzlich erstmal werden ihre Auditex deutlich verbessert. Das Last Hit mit Anivia ist eine komplette Katastrophe. Die Dinger fliegen schneller und die Dinger fliegen schneller los. Das ist ziemlich cool. Ihre Q fliegt ebenfalls schneller. Das ist jetzt richtig naja was heißt richtig flott aber es ist schon ein ordentlich flott das Ding. Außerdem werden Gegner gechillt wenn es nur durch sie durchfliegt. Ja für die die es nicht wissen. Wenn man mit der Q das Ding gegen den Kopf bekommt und das Aufplatzungsstunt wird dann war man chillt und dann kriegt man turbo viel Damage von der Ehe. Und jetzt muss das Ding nur quasi an dir vorbeifliegen. Vielleicht willst du nach Kanada oder so nebenan. Und wenn es da drüber fliegt und durch dich durch dann bist du auch mega eingefroren und dir ist mega kalt. Naja vielleicht so wie euch wenn ihr mich im Tanktop seht. Gut ansonsten das Teil hat weniger Cooldown. Macht allerdings muss ich jetzt auch sagen weniger Schar. Ja das heißt wir haben hier 30 weniger Schaden und 20% wenig Prozentpunkte Flatpunkte weniger AP Scaling. Dafür ist natürlich der Detonationsschaden etwas angehoben damit wenn die Explosion dann wirklich geholt wird. Dass man immer noch als Ziel hat die rauszuholen. Da ist der Schaden deutlich höher und das Scaling minimal höher. Vorher hatten wir 90% jetzt haben wir 75%. Das heißt hier haben wir insgesamt ein bisschen weniger Schaden aber das Ding ist jetzt deutlich besser zu treffen. Und einen geschenkten Stun schaust du nicht ins Maul. Ja sagt man ja so. Außerdem kostet das Teil etwas weniger Mana. Frostbite. Frostbite kostet deutlich weniger Mana. Und mit deutlich meine ich deutlich weniger Mana. Außerdem wurde hier der Schaden angehoben und zwar um 30% und das AP Scaling um 10%. Das heißt wir kommen insgesamt mit der Kombo auf 85%. Ja beziehungsweise wenn wir die 10% hier runter tun und wieder oben drauf packen. Dann sind wir fast beim alten Damage. Während die Kombo allerdings leichter zu treffen ist. Was ziemlich broken ist. Dann haben wir noch die Ultimate. Die macht weniger Schaden so ein bisschen. Das heißt im Late Game gleich aber vorher ein bisschen weniger. Aber das coole hierbei ist dass sie nur noch einen Cooldown von 4, 2, 5 oder später eine Sekunde hat. Das heißt ja hey der Schaden ist ein bisschen gering aber du kannst jetzt zum Beispiel hier deutlich schneller das Ding einfach. Du machst es erst nach New York sagst okay alle New Yorker die frieren jetzt erstmal eine Weile. Und dann sagst du okay wen hasse ich gerade. Brasilien die haben es viel zu warm. Zack und dann machst du Glacial Storm nach Brasilien. Alle am frieren. Du kannst quasi super schnell sagen okay jetzt hier jetzt da jetzt da jetzt da. Insgesamt denke ich macht sie das deutlich stärker. Vor allem einfacher zu spielen würde ich sagen. Es ist nicht mehr so schwer die Cue zu treffen. Und ich bin kein Freund von Anivia. Denn jeder der schon mal eine Cue von Anivia gegen den Kopf bekommen hat der weiß das ist ein Turbo-Anivia-Ultrabomben-Mana-Zerstörer. Also Cue E in dein Gesicht und du platzt einfach weg während der Gegner nur Mana gebaut hat. Annie. Annies Schild wird etwas genervt. Das heißt bisschen weniger Move and Speed. Echo wird für den Jungle gebufft. Macht mehr Jungle Passive Damage. Fizz wird genervt. Fizz ist geradezu stark. Hat jetzt weniger Mana-Growse. Das tut auf jeden Fall weh. Weil ich meine es ist fair. Es ist fair. Ich bin ehrlich es ist fair. Aber das tut schon weh. Weil er nicht mehr so wirklich Mana-Items hat. Vorher hat er noch Sheen gebaut. Macht er jetzt zwar auch. Gibt aber kein Mana mehr. Das heißt jeder der Fizz spielt. Ich würde euch empfehlen immer mit Flask anzufangen. Flask W-Start. Gragas. Gragas soll ein bisschen gebufft werden. Kriegt jetzt mehr Heilung durch seine Passive. Und macht ein bisschen weniger Kuhle auf seine W. Ist nett. Iryla wird gebufft. Hat zwei mehr AD. Das ist natürlich cool. Ich weiß nicht ob man Trinity auf sie baut. Ich glaube nicht. Ich kenne mich mit dem neuen Trinity ehrlich gesagt gar nicht mehr aus. Ist auch nicht mehr so. Das Ding oder? Gibt so viele Items. Und Blade-Search hat weniger Kuhle. Ist nett. Ist nicht zu krass. Aber das sind gute Änderungen. Iryla ist geradezu schwach. Und das ist so. Hier so eine Stellschraube. Kennt ihr das? Wenn ihr duschen geht. Zwar nicht das passende Beispiel. Aber es gibt so Duschen. Wenn man manchmal in einem Hotel ist. Und da drehst du so wie so ein Panzerknacker. So einen Millimeter nach rechts. Und bam. Brennt deine Haut komplett weg. So von 0 Grad auf minus 1000. Oder plus 1000. Es geht komplett so. Und da musst du wie so ein Panzerknacker da an diesen beiden Rädern drehen. Und ja hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Ja. Also ich kenne es auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Gut. Iwan. Ich weiß nicht warum Iwan so kack ist. Ich glaube es hängt einfach damit zusammen. Dass Iwan Spieler kacke sind. Dass es jetzt kalt draußen ist und Blumen nicht so gut wachsen. Oder. Dass. Die Items einfach nicht geil sind. Ja. Auf jeden Fall. Hat Iwan eine katastrophale Wind. Ihr könnt mir ja gerne sagen. Warum ist Iwan so schlecht? Weil er grün ist? Ja. Auf jeden Fall. Cooldown wird reduziert von Q. Das ist super krass. Zwei Sekunden. Das ist echt. Ey. Iwan ist eine CC Maschine. Die E hat jetzt weniger Cooldown. Holy Shit man. Iwan ist eine CC Maschine. Und die hat jetzt 90% AP Scaling. Ist für euch nicht so krass. Weil ihr alle Support Iwan spielt. Wenn ich mal Iwan spiele. Baue ich den immer auf volle Möhre AP. Für mich ist es auf jeden Fall insane. Bei mir hat das Schild dann immer so 700 oder so. Und Base Attack von Daisy. Ist ein bisschen höher. Ist nett. Vor allem wenn man mit dem Chalice. Gibt es den überhaupt noch spielt. Dann heilt er natürlich mehr. Weil sie mehr Schaden macht. Gin ist aktuell der krasseste ADK. Ohne Witz. Immer diese ganzen ADKs. Ich weiß nicht ob das überhaupt noch ein Thema ist. ADK ist so schwach. ADK ist so schwach. Das war ja auch schon die ganze Zeit vorher. Und jedes Game Gin 25. Und wenn Gin kein ADK ist. Dann bin ich kein Tobi. So. Auf jeden Fall wird er genervt. Dancing Grenade macht ein bisschen weniger Schaden. Denke Gin ist immer noch maximal gut. Katus. Niemand will Katus. Niemand braucht Katus. Niemand hat Katus. Katus wird gebufft. Warum? Weiß ich nicht. Macht jetzt 5% mehr Damage Ratio auf der Q. Und ein bisschen weniger Mana kosten. Ach das braucht das Land nicht Leute. Das braucht das Land. Nicht. Kay. Kay wird genervt. Kriegt weniger Magierresistenz. Und kriegt weniger Passive Damage Ratio auf der E. Das heißt hier 5% runter. Ist noch im Rahmen. Im Rahmen. Im Rahmen. Kay. Kay ist gerade auch unglaublich stark. Deswegen wird auch seine Rüstung etwas reduziert. Und seine Q hat jetzt weniger Cooldown. Und weniger Damage. Ist immer noch im Rahmen. Sind wir ehrlich Leute. 5 Sekunden. Klar tut weh. Gerade im Early Game. Aber ist immer noch gut. Ist immer noch gut. Lee Sin. Und hier haben wir jetzt ein Problem Leute. Hier haben wir ein kleines Problem. Denn Lee Sin wird gebufft. Ja. 3 mehr Damage. Weniger Cooldown auf der W. Und die E. Ich muss sagen. Holy Shit ey. 62 Schaden ist mittlerweile echt viel. Normalerweise sollte man ja die W als zweites Maxen. Hier könnte man langsam überlegen. Die E als zweites Maxen. Ich würde euch wahrscheinlich trotzdem empfehlen. Die W als zweites Maxen. Weil ihr sonst einfach sterbt. Ich kenne euch doch. Ihr macht da irgendeinen Fail Kick und sterbt. Leute. Spielt. Tut euch selber einen Gefallen. Spielt keinen Lee Sin. Sagt euren besten Freund. Der nicht Lee Sin mag. Oder Freundin. Oder generell Freund oder Freundin. Jedes Mal wenn ich überlege Lee Sin zu picken. Schlagt mich. Was sagt ihr dem? Und dann habt ihr einen guten Deal. Gut. Lolo. Lolo wird ja so. Also erstmal ist es so. Aktuell schießt sie diese Doppel-Lanze auf dich drauf. Und es macht nur die erste Schaden. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Deswegen ist es jetzt erstmal so. Dass beide Lanzen machen Schaden. Ja. Der Schaden wird erstmal von der Lanze generell etwas reduziert. Aber wenn du jetzt noch mit der anderen Lanze triffst. Dann macht es nochmal 25% Bonus Damage. Dafür wird aber der Minion Damage reduziert. Um 70. Auf 70%. Ist quasi dafür da. Dass halt nur Support Lulu gebuff wird. Und ja. Außerdem wird der Fall of Damage durch Minions. Wenn er durch Gegner trifft. Weggenommen. Ja. Das heißt der macht jetzt immer volle Möhre Damage. Morde Kaiser macht auch volle Möhre Damage. Und zwar mit seiner Q. Und die macht jetzt isoliert 50%. Bäh. Tank Design. Ne. Da passt was nicht Leute. 1. 2. Das sehe ich doch sofort. 1. 2. 3. 4. Da fehlt eine Zahl. 1. 2. 3. 4. 5. Wir sind smart. Von 20 auf 30. Verstehen wir es in 2. Von 25 auf 35. Verstehen wir es in 10. Von 30 auf 40. Verstehen wir es in 10. Von 35 auf 45. Von 40 auf 50. Das heißt. Von 40 auf 50. Mehr Damage. 10%. Knallt. Morgana knallt auch. Vor allem in Solo Lanes. Und deswegen wird der Execute Damage von der W reduziert. Ja. Von 60 auf 52. Tut weh. Tut weh. Tut weh. Kann man nichts anderes sagen. Tut ungefähr so weh. Als wenn ihr mit Inliner. Ohne Schoner. Richtig auf die Fresse geht. Oder auf die Knie. Boah Knie. Uah. Gut. Nasus. Tut weh. Nasus. Sein Siffen Strike. Wird. Äh. Stopp mal. Okay. Also im Early Game. Ach das ist eine 8. Och Leute. Leute. Das hat eine 8. Das sah aus wie eine 6 für mich. Oder? Irgendwie. Wie findet ihr die Mechanik mit den durchgestrichenen Zahlen? Ich finde. Sieht aus wie eine 6. Manchmal erkennt man das nicht. Und wenn man da so drüber geht. Ja. Jetzt sieht man es. Also. Ich finde. Das soll einen Rewerk bekommen. Hier dieses Durchstreichen. Ich dachte von 6 auf 7. Fünf. Äh. Okay. Im Prinzip auf jeden Fall. Buff hat weniger Cooldown. Knallt mehr rein. Ja. Mehr Stacks. Hier kommen wir zum Lee Sin 2. Weniger Mana kostet es für Nidalee jetzt nicht so der Deal. Macht mehr Damage. Allerdings nicht mehr Scaling. Sondern nur mehr Base Damage. 20 mehr Base Damage. Und später sogar 60 mehr Base Damage. Und die E kostet ebenfalls weniger Mana. Spielt. Keine Nidalee. Wenn ihr einen Freund. Slash Freundin habt. Sagt. Der. Die. Das. Oder eurem Hund. Hey. Jedes Mal wenn ich Lee Sin oder Nidalee picke. Schlagt mich. Ja. Das sagt ihr dem. Der. Die. Das. Und dann passiert es auch. Ist keine gute Idee. Wenn ihr Elo verlieren wollt. Und nach Bronze 4 wollt. Spielt Nidalee und Lee Sin. Pantheon. Pantheon. Verstehe ich nicht. Genauso wenig wie koreanisch. Weil. Also ich sag's mal so. Pantheon ist aktuell nur ein Support Champ. Den Spielern alle auf Support. Und der ist mega stark. Der wurde schon genervt. Und immer noch alle auf Support. Und Riot sagt jetzt. Okay. Wir wollen ihn. Nach Top Lane bringen. Oder Midlane. Oder halt wieder auf eine Solo Lane. Da wo er hingehört. Das Problem ist. Ich seh es nicht. Ich seh es einfach nicht. Denn fangen wir an. Movement Speed wird reduziert. Okay. Akzeptiere ich. Ansonsten. Jetzt. Wenn er Backportet. Kriegt er 5 Stacks. Was ziemlich cool ist. Ist natürlich auch für Top Lane. Du gehst back. Teleportest hin. Und ballast dem Gegner direkt. Irgendeine Schallermäßige Kombo in sein Gesicht. So. Der Komet Speer. Der Komet Speer gibt mehr Cooldown Reduction. Wenn du es early releasest. Wenn du es nicht ganz auflädst. Dann gibt es Buds. Ist also geiler zum Traden. Ist cool. Ist nice für Top Lane. Kostet außerdem weniger Mana. Slowt nicht mehr. Ist glaube ich nicht so schlimm. Ist ein guter Trade. Mehr Knallen. Dafür weniger Slowen. Wer früher stirbt. Muss auch nicht geslowt werden. Merkt euch das. Ansonsten. W. Shield Vault. Macht jetzt auch mega kranken Schaden. Heilige Marionette ey. 140 auf 220. Und hier sehe ich das Problem. Warum. Sollte das nicht auch im Support Pantheon helfen. Ein Support Pantheon ist. Also auf Support. Leute. Base. Hoher Base Damage ist immer geil für Support Champs. Weil hohen Base Damage hast du immer. Na. Wenn jetzt hier. Händen die jetzt gesagt. Die erhöhen das Scaling. Wäre es schlecht. Für einen Support Pantheon. Aber gut für einen Top Lane Pantheon. Weil der baut richtig saftig viel AD. Weil der reich ist wie ein Reichmann. Aber. Support Pantheon denkt sich ja geil. Ich kriege jetzt mega viel Damage. Support Pantheon knallt jetzt mehr rein. Finde ich richtig geil. So. E blockt nicht länger. Turret Shots. Okay. Vielleicht ist das so ein Ding auf der Bot Lane. Aber mein Gott. Man muss auch nicht den ganzen Tag dive. Man kann auch andere Sachen machen. Ja. Außerdem ist der Slow reduziert worden. Was. Wie ich das verstehe. In Buffs. Weil er dann nicht mehr so langsam läuft. Und. Er bekommt. Wenn Pantheon slams das Schild. Das ist ja was er am Ende. Dann mit seiner Wut macht. Dann bekommt er 60% Movement Speed. Was ziemlich nett ist. Ist nett. Ist auf jeden Fall nett. Vorher hat er das Ding länger gemacht. Mit den Stacks. So. Und dann haben wir Grand Skyfall. Starfall. Er bekommt 10, 20, 30% Armor Penetration. Was natürlich cool ist. Wenn du viel AD hast. Aber auch als Support. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Kann man nicht sagen. Ist nicht verkehrt. So. Aber ist natürlich. Also das ist für Top Laner schon besser. Weil das so ist. Aber weil du. Wenn du mehr AD hast. Dann ist natürlich Armor Penetration auch besser. Aber trotzdem. Es ist ja ein Bonus. Es ist nicht das irgendwo was. Das ist auch für Support Pantheon. Einfach oben drauf. Eine Kirsche. Ja du hattest vorher einen Helm. Und jetzt ist auf dem Helm eine Kirsche drauf. So. Außerdem. Und was cool ist. Den Sperr. Den man als S wirft. Der ist laut. Gegner um 50%. Und der macht Schaden. Der macht Schaden. Wie so ein Q-Sperr. Nicht aufgeladen. Nicht mit Bonus. Also nicht mit Empowered. Aber der macht einfach Sperrschaden. Das ist mega cool. Heilige Marionette. Das ist mega cool. Also. Ich sehe hier. Überall was für Pantheon. Auf Top. Aber auch auf Support. Ich denke. Da wird sich überhaupt nichts ändern. Und jeder. Außer ich bin dumm. Und ich übersehe was. Dann könnt ihr mich gerne schlagen. Genauso wie die Sinspieler. Aber ich glaube nicht. Gut. Samira. Samira kann man auch schlagen. Mag niemand. Niemand mag Samira. Hier wird jetzt folgendes gemacht. Und zwar. Ist es ja aktuell so. Dass die Gegner. Wenn sie immobilisiert sind. Dann knockt sie sie hoch. Und jetzt ist es so. Dass sie so ein bisschen wie Yasuo ist. Das heißt. Wenn Gegner gehochnockt sind. Dann erhöht sie die Dauer der Hochnockung um 0,5. Ja. Wie Yasuo das macht. Um eine Sekunde. Allerdings kann sie immer noch in Dash Range gehen. Und einen Basic Attack gegen Immobilisierte machen. Was ich mich frage ist. Warum hat Samira das überhaupt? Ich meine. Ist das dein. Tut das wirklich Node? Tut das wirklich Node? Ich glaube nicht. Dass das Node tut. Ich weiß nicht warum die das überhaupt hat. Ich sehe hier keinen Reason behind. Das ist so als wenn du Talon machst. Dem wachsen grüne Zweige aus Ohren. Das braucht der nicht. Genauso wenig wie Samira dati überhaupt. Aber okay. Ich mache kein Auge. Doch ich mache Auge. So. Q-Flare hat weniger Lifesteal. Ja. Hat weniger Lifesteal. Von 100 auf 66. Genauso wie die Ultimate. Finde ich auch gut. Weil jeder kennt diese Samira. Die sich dreht. Wie so ein Kreisel bei Blayblade. Und dann auf einmal full life wieder ist. Von 0 auf 100. Seraphine. Kriegt mehr Leben. Das ist sehr cool. Weil sie aus Papier ist. Sie ist wirklich aus Papiermaterial. Außerdem ist jetzt so. Dass sie ihr eigenes Schild stärker ist. Um 50%. Ist cool. Ist auf jeden Fall cool. Ist cool. Shyvana. Shyvana. Leute. Lasst uns ehrlich sein. Hier geht es um Aram und Nexus Blitz. Das interessiert niemanden. Aber. Wenn du jetzt Shyvana im Aram und Nexus Blitz hast. Dann hat dir deine Passive nichts gebracht. Und jetzt kriegst du auch Stacks. Wenn du eine Kanone tötest. Oder wenn irgendwas anderes im Nexus Blitz passiert. Ich meine. Was ist Nexus Blitz? Wann gab es das letzte Mal Nexus Blitz? Keine Ahnung. Wenn man nearby Epic Monsters, Jungles und Scudleys tötet. Das interessiert einen Lee Sin Player. Aber sonst auch keinen. Talia. Das ist schon interessanter. Und zwar ist es nämlich hier. Dass die Q. Wenn die Folge Damage Steine. Ne. Von der Q. Nicht mehr reduzierten Damage machen. Das ist ziemlich cool. Das ist ein sehr krasser Buff für den Jungle. Sehr sehr krasser Jungle Buff. Es könnte also sein. Dass wir Talia wieder im Jungle sind. Ich weiß nicht ob es reicht. Weil ich denke. Die machen immer noch keine AOE Damage. So wie es damals war. Aber es ist definitiv schon mal ein nicer Buff. Naja. Vielleicht wenn man sagt. Okay. Man lässt die AOE Camps weg. Könnte das klappen. Twitch ist gerade auch nicht so geil. Deswegen machen sie ihn jetzt geiler. Mehr Attack Speed auf der Q. 10%. Knallt im Late Game. Mehr Slow auf der W. Ist nett. Ist jetzt nicht so krass. Aber es ist nett um 5%. Und mehr AD durch die Ultimate. Im Early Game 5. Im Late Game 15. Ist nett. Knallt. Mehr Attack Split. Split. Mehr Attack Split plus mehr Knallt. Gleich Penta. Ja. Haut rein. Yasuo ist ein Opfer. Deswegen hat der jetzt mehr Attack Speed. Yon ist auch ein Opfer. Der hat jetzt mehr Attack Speed. So. Jetzt kommen wir zu Tiamat Champions. Die sind nämlich auch Opfer. Hier wird sich Sylvie freuen. W Battle Roar macht jetzt 100% Heilung von den Damage, den er von Monstern bekommt. Das ist schon mal ziemlich cool. Außerdem macht das Ding Bonus Damage an Monstern. Also wenn ihr in den Vögel steht und eine Doppel W macht, dann müssten die so ziemlich sofort alle kaputt gehen. Da wird man sich auf jeden Fall freuen und man braucht keinen Tiamat mehr. Ich denke es ist insane. Warwick ist ein Hund. Fertig. Macht mehr Damage mit seiner Passive. Ist nett. Hat sogar jetzt zusätzliche Scaling. 15% Bonus AD. 10% AP. Ist cool. Talon. Also hier habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Macht jetzt mehr Damage mit seiner W. Aber nur der Return Schaden und nur 20%. Also Leute. Leute. Guck mal hier. Weißt du? Der Nachbar kriegt so richtig was Cooles. Plus eine Million Schaden, plus eine Million Heilung. Was kriege ich? Zwei Lego Steine. Toll. Also es ist nett. Aber, weißt du? Die beschweren sich. Hey. Guck mal hier. Während sein Lethality Build richtig kacke ist, fängt er an, nicht mehr Assassin zu sein, sondern jetzt so ein Gore-Drinker. 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 Talon Ravenous. Also geben wir ihm nur ein bisschen. Das ist so, als wenn man sagt, ja okay. Weil in Deutschland es viel zu kalt ist und die ganzen Deutschen jetzt nach Spanien gehen, machen wir Deutschland nur ein Grad wärmer. Ja, äh? Dann gehen die ja trotzdem noch alle nach Spanien. What the fuck? Warum sollte ich nach Deutschland zurückkommen, wenn es in Spanien voll warm ist? Dann bleib ich doch bei Gore-Drinker. Also Leute. Ich mein, Gore-Drinker ist jetzt halt noch besser geworden, weil das auch 20 mehr Damage macht. Und hier ist nichts, warum Assassin jetzt besser ist. Gar nichts. Null. Gar nichts. Nada. Nichts. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also, nee, ich bleib in Spanien. Warum sollte ich nach Deutschland gehen, wenn es in Spanien mega warm ist? Ja, und die sagen sogar, nee, fickt euch, bleib in Spanien. Ja, okay, akzeptiere ich. Gut, Nimbus ist ein Affe. Ja, er macht jetzt irgendwas, was ich mir gar nicht durchgelesen hab. Deals, 40% mehr gegen Monsters. Cool, ist cool, ist cool. Ist Wukong der neue Talon? Nö, ist er nicht. Aber, äh, macht jetzt Bonus-Samschal Monster. Ist ziemlich cool. So, dann haben wir Items. Der Collector geht jetzt nur noch gegen Champions. Moramana geht jetzt nur noch auf Spells und Abilities, die Physical Damage machen. Ginsos Rageblade konvertiert jetzt komplett in On-It Damage, sodass ihr 0 Crit danach habt. Secrets Convergence hat weniger Stuts, aber einen besseren Effekt, find ich cool. So kann man den Effekt deutlich besser benutzen. Hat jetzt 70 Schaden. Armguard hat weniger Rüstung und das ist immer noch sehr, sehr stark, weil der hat einfach zu viel Rüstung gerade. Attack-Speed-Jungler werden ein bisschen genervt, denn das Hailblade, beziehungsweise das Amber-Knife macht jetzt weniger On-Tick-Damage quasi. Also vorher haben Attack-Speed-Champions, die vier Attack-Speed haben da super krass gejunglet. Dann haben wir Support-Items. Die sind aktuell viel zu teuer, man kriegt wenig Support-Items in einem Game zusammen, deswegen werden die alle günstiger gemacht. Brandless Glass kostet weniger Gold. Ardent Sensor, also die Items werden im Prinzip kurz gefasst alle günstiger gemacht. Imperial Mandate für Asyl-Spieler, also niemanden von euch, wird interessant, beziehungsweise uninteressanter, denn der Damage davon wurde stark reduziert, aber dafür der Ally-Damage erhöht. Find ich gut, so ist es schlecht für Asyl geworden. Kostet auch weniger Geld, im Prinzip kosten die Support-Items alle weniger Geld und haben schlechtere Effekte, was natürlich logisch ist. Weniger Geld? Naja, das ist so, als wenn du sagst, ja, kauf ich die teuren Socken oder die billigen. Wenn du die billigen Socken kaufst, gehen die halt auch schneller kaputt und sind schlechter. So, Ard-Carry-Items werden gebufft. Gale Force hat mehr AD und super krass, deutliche Cooldown-Reaktion von 30 Sekunden. Typhoon, also was Upgrade hat, mehr AD. Essence Reaver hat mehr AD, 55 ist immer noch echt sau wenig. Und jetzt auch hier diese ganzen Items, Zeal, Rapid Fire, Phantom Dancer kostet weniger Gold, Mortal Reminder kostet mehr Gold, hat aber viel mehr AD. Lord Dominix kostet mehr und Infinity Edge kriege ich nochmal eine Änderung und zwar war es aktuell so, ihr kriegt pro Crit-Deal kauft mehr Critical Strike Damage. Ja, und das wird jetzt geändert, das heißt, ihr hattet vorher 40% bei 100% Crit-Deal gekauft habt, das wird jetzt geändert, dass ihr bei maximal 60%, if you have at least 60% Critical Strike Chance, wird euer Schaden um 35% erhöht. Das ist natürlich ein krasser Buff, weil ihr nur noch 3 Items braucht und nicht wie vorher 5, was komplett unrealistisch ist. Jetzt braucht ihr noch 3, ist cool. Critical, also Infinity Edge, kein Item, was man sich früh kaufen sollte. Lunen's Tempest hat jetzt mehr Ability Ace, weniger Magic Penetration, das ist eigentlich ein guter Trait. 10 Ability Ace für 4 Pen, finde ich gut. Everfrost hat auch 20 jetzt, Duskblade, hier haben wir nochmal eine kleine Assassin-Änderung, Duskblade hat jetzt einen Onnitz-Law wieder, ich glaube der war runter, so steht es hier auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall cool, der war ja super knallig und Eclipse macht weniger Schaden. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, dadurch ist wahrscheinlich Duskblade jetzt wieder ein bisschen im Trend drin. Weil, naja, man muss gucken, was man will. Man hat auf Eclipse immer noch natürlich die Armor Penetration bei... Ach, das ist Eclipse, oh Gott, ich dachte das wäre... Okay, nee, ich nehme alles zurück, ich dachte das wäre dieses andere Item, dieses Meuchlers Klinge, aber das sieht auch aus wie eine Meuchlers Klinge. Warum ist das keine Meuchlers Klinge? Ich meine, damit kann man bestimmt auch Leute, ne? Okay, auf jeden Fall Eclipse, okay cool, ne Eclipse, Range Damage, okay. Wird reduziert, das ist sehr, sehr cool, weil das gerade sehr viel Abuse. Eclipse, Buff, bin ich dabei, finde ich cool. So, Tank-Items werden genervt, kostet jetzt mehr Gold, das ist natürlich für Jungler und Top-Laner vor allem schlimm, wenn die mehr Gold brauchen zum Back. Sunfire-Aggis hat weniger Leben, Frostfire-Gauntlet hat weniger Range. Und der Mystic-Effekt wurde reduziert, beziehungsweise der Size-Growse wurde reduziert, man wächst also nicht mehr ganz so krass. Und der Turbo-Champ-Tank hat jetzt statt 2 Sekunden 1,5 Sekunden. So, dann kommen wir weiter zu den wichtigen In-Game-Updates, Ranked-Updates. Und zwar ist es aktuell so, dass natürlich, erstmal beschweren sich sehr, sehr viele über zu viel LP und zu wenig LP, also man flirrt zu viel und kriegt zu wenig. Das ist natürlich gerade einfach, um das Ganze ein bisschen anzupassen, ja. Heult weniger, ganz ehrlich, heult ein bisschen weniger, danke. So, was gemacht wird ist, wenn die Season resettet, dann bekommen Spieler, der Reset ist nicht ganz so krass. Aktuell war es ja meistens so, dass man schon, ich sag mal, von Diamond auf Gold oder so droppt. Kann möglich sein, oder Platin, so da die Richtung irgendwie, je nachdem wie es so läuft und welches Diamond man war. Ja, und jetzt soll es so sein, dass der Reset nur klein wird, smaller. Ja, dieses Jahr kleiner, das heißt, es kann sein, dass man vielleicht nur von Diamond 4 auf Platin 2 oder so geht oder Platin 3 oder was weiß ich. Ja, also damit man schneller da ist, wo man hin möchte. Allerdings, und hier steht, um das zu kompensieren, kriegt man weniger LP und verliert weniger. LP Gains and Losses have been made slightly smaller. Außerdem kann man als Diamond jetzt decayen, beziehungsweise, das konnte man bisher ja auch, aber das System wird geändert. Das heißt, wenn man sehr, sehr lange nicht gespielt hat, dann wurde irgendwann die Nachricht gesagt, hey, Tobi, du musst jetzt spielen, sonst schmeißen wir dich raus. Das ist so wie in der Kneipe, du musst jetzt wieder ein Bier trinken, sonst raus. Du musst alle paar Stunden im Restaurant, wenn du da sein willst, immer mal wieder was bestellen, sonst kicken die dich raus. Das ist quasi decay. Ja, Restaurant decay, kennt man. Und das ist jetzt bei Diamond so, dass man quasi, wenn ihr ein Spiel spielt, dann werden 7 Tage gespeichert. Bis insgesamt 28 Tage. Ist cool. Ein Game, 7 Tage gespeichert. 2 Games, 14 Tage gespeichert. Das heißt, wenn ihr 2 Games gemacht habt, könnt ihr 14 Tage einfach, keine Ahnung, WoW Shadowlands spielen. Oder Valorant oder Scribble. Oder Kniffel. Oder Risiko. Oder die Siedler von Katan. Oder Volles Haus. Keine Ahnung. Ja, ihr könnt also machen, was ihr wollt. Pokémon. Okay, lassen wir das. Auf jeden Fall, nachdem die Tage dann abgelaufen sind, müsst ihr entweder wieder spielen. Ihr könnt insgesamt 28 aufladen. Wenn ihr das nicht macht, dann verliert ihr pro Tag 50 LP, bis ihr rausdroppt. Aus Diamond. Bei Master Grandmaster ist das so. Wahrscheinlich keiner von euch, vielleicht sogar doch. Ein Game. Master Grandmaster Challenger. Ein Game ist ein Tag und ihr könnt bis zu 10 aufladen. Das heißt, ihr könnt dann eine Pause machen, 10 Tage chillen. Wenn ihr euch also einen Urlaub buchen müsst, 10 Tage. Danach seid ihr RIP. Weil mit RIP meine ich RIP. Denn wenn ihr danach nicht spielt, verliert ihr 250 LP pro Tag. Das ist einfach dein ganzes Leben, was in einem Tag weg ist. Vorbei. Bis du aus Master rausfliegst. Vorbei. Vorbei. Gut. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Video war mega lange. Holy shit. Aber ich hab mich schon beeilt. Tut mir leid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Seht ihr zu. Auf Wiedersehen. Goodbye. Habt euch lieb. Und tschüss. Tschüss.